Hallo, heute zeige ich euch, wie man sich die Zähne putzt. Dieses Mal mit einer Halbzahnbürste. Des Weiteren brauchen wir Zahnpasta und etwas Wasser. So viel sollte reichen. Den Mund vorher noch etwas ausspülen. So viel soll願い Rotterdam. Gelächter. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.